Von diesem jungen Mann hier könnten wir alle eine Menge lernen, wenn unser... Rüdiger. Gut, Rüdiger. Liebe Hiderschaft, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute zwei Classics für euch, zwei Streams von Reini vom 1.7.2018. Er diskutiert natürlich mal wieder mit den Haters, so wie der Standard ist. Man hat ja auch ein wenig das Gefühl, er macht ja extra Programm für uns. Es ist ja gar nicht für irgendwelche neutralen Zuschauer, wie er sie nennt oder Drachis. Für die kommt ja eigentlich gar nichts. Mit denen redet er ja auch nicht wirklich. Er lässt sich gerne mit Barren bewerfen, aber sonst geht er ja eigentlich nur immer auf die Hater ein. Es gibt auch mal wieder eine typische Belagerung. Also wenn Reini beschreibt, es gibt einen Angriff der Hater, dann sieht das nach seiner Beschreibung, glaube ich, so aus wie auf dem Thumbnail. Gut, wir wissen dann auch, was wirklich los ist. Vielleicht geht gerade jemand mit seinem Hund Gassi oder es fahren Fahrradfahrer vorbei. Im schlimmsten Fall stehen da wirklich Hater auf der Straße, rufen Herr Winkler, sind Sie am Arbeiten oder verkaufen Sie uns Poster. Darüber muss Herr Müller natürlich auch unbedingt informiert werden, weil das ist natürlich ein Angriff, quasi eine Belagerung. Und das kann Reini nicht so stehen lassen. Wir gucken uns das Ganze jetzt an. Es geht los bei Rändern hochladen. Zusammenfassung natürlich, das macht es deutlich angenehmer. Metal Leute, servus und damit ein herzliches Willkommen beim Drachen. Keine Ahnung, ich habe einfach nur Nightcore angemacht. Metal Reini, Nightcore, welch liebliche, schöne Musik. Das ist ja quasi Anime-Manga-Techno. Gut. Kann man sich anhören, muss man nicht. Ich muss es erst recht nicht. Eigentlich warte ich drauf, dass jemand ein bisschen Verstand entwickelt. Und auch für... Das ist auch nett. Stellt euch mal vor, ihr habt von dem Drachenlord gehört. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, wer das ist. Ihr kommt in diesen Stream rein. Seht hier diesen Menschen. Der sitzt da recht lustlos, spielt mit seinem Feuerzeug rum, hat jetzt ein T-Shirt an, was er wahrscheinlich schon länger trägt. Hat das mit dem Cam heute Morgen, ist mal ausgefallen, wegen Zeitmangel. Und er spricht dann darüber, dass ja alle, die zuschauen, eigentlich dumm sind, sollen mal Verstand bekommen und sonst irgendwas. Also er spricht ja nicht wirklich die Hater an. Er sagt ja, ihr, ihr sollt mal Verstand bekommen. Da können sich ja alle angesprochen fühlen. Und Reini, es ist unwahrscheinlich, dass die Anzahl der Drachis sich dabei vermehrt. Es dürften eher die Hater sein, die dann mehr werden. Leute zu haten, von denen ihr nichts wisst. Das ist ganz schön erbärmlich, was ihr hier abzieht. Genau. Wir wissen gar nichts von Reini. Gar nichts. Nicht mal die 2%. Na gut, die 2%, die gibt er uns vielleicht. Aber sonst wissen wir gar nichts. Es ist ja nicht so, als ob Reini so ziemlich alles aus seinem Leben ins Internet ballert. Egal, ob das in die Öffentlichkeit gehört oder nicht. Ja. Schwierig, Reini. Gar nichts für mich. Du weißt nur das, was du sehen willst. Und du siehst nur das, was du sehen willst vor allem. Nee, Reini. Das, was wir sehen wollen, das sehen wir eigentlich nicht. Wir sehen das, was du uns gibst. Und das ist meistens eine Katastrophe. Und das ist eigentlich nicht mal ansatzweise das, was ich wirklich bin oder wer ich wirklich bin. Ihr bildet euch ein, alles zu wissen, was ziemlich überheblich ist. Ich mache gar nichts für 5000 Barren, weil ich bin nicht bestechlich. Und ich bin keiner von diesen typischen Junioren oder YouTubern, der sagt, ja, spendet so und so viel und ich mache das und das. Doch, das ist natürlich jetzt auch einfach wieder lü lü lü. Reini hat sich zum Beispiel hingesetzt und hat gesagt, wenn ihr mir jetzt noch so und so viele Likes gebt, dann mache ich zwei Stunden weiter. Hat er den Satz dann nochmal wiederholt und dann war es auf einmal noch eine Stunde. Gut. Reini war dann doch nicht so in Gönnerlaune. Aber doch, genau so macht er das. Es hat ja eigentlich auch nichts mit Bestechung zu tun. Es ist schon irgendwie ein bisschen gierig, das so zu machen, dass man irgendwie nur gegen Bezahlung seinen Stream macht. Ich meine, die Leute bezahlen ja so schon für Abos und ähnliches. Er könnte da auch mal was zurückgeben. Klar, aber naja. Reini nur gegen Einwurf von Münzen. Nicht ärgern. Was ist los, Reini? Warum Schmerzen? Was passiert? Hast du in letzter Zeit wenig Ausgleichssport gemacht? Ich meine, ich habe ja auch einen Bürojob. Es ist eine sitzende Tätigkeit. Man läuft sehr wenig. Gut, ich habe auch mittlerweile einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Erleichtert einiges. Aber Reini sitzt nun mal sehr viel. Was er als seinen Beruf bezeichnet, ist Stream. Das heißt, dabei sitzt er. Was er als seine Freizeit bezeichnet, sind fressende, wichsende, daddelne. Und auch diese Tätigkeiten werden meistens im Sitzen oder Liegen ausgeführt. Auf Dauer ist das nicht auch gut für den Rücken. Dazu kommt ja noch die Belastung der, sag ich mal, Gravitation. Zusammenhängend mit seinen, zu der Zeit vielleicht 200 Kilogramm. Der Freundin geht's gut, danke der Nachfrage. Ich kann meinen Humor... Ja, der Freundin geht's gut. Reini, wie geht's eigentlich deinem Sohn? Wenn wir gerade schon bei ausgedachten Personen sind. Weil wer keinen Humor hat, kann keinen verlieren. Wer Drew zustimmt, hat ungefähr so viel Verstand wie ein Stein. Und ist nicht in der Lage, selbstständig zu denken. Wenn er von der Sprücke springen würde, würden alle anderen hinterher springen. Ich denke... Genau, Reini. Du bist ja jemand, der immer offen allem gegenüber ist. Aber die bösen Haters, die können nicht selbstständig denken. Du bist ja der Meinung, wenn du einfach gegen alles bist, bist du ein individueller Mensch. Was du nicht verstanden ist, dass man bei jeder Entscheidung abwägen sollte. Aber für dieses Abwägen braucht man halt... Ja, mehr als ein IQ von 58. Dagegen versuche ich einen Fallschirm in die Hand zu drücken, bevor er springt. Weil er so ein bisschen klüger ist. Was ist das denn für ein Vergleich gerade? Warum sollten irgendwelche Leute irgendwo rausspringen oder irgendwo runter? Was für ein Quatsch wieder. Und Reini ist natürlich der Gute, der irgendwo Fallschirme verteilt dann. Bestimmt. So wie er auch Unterputzdeckel nach Bad Neuenahr, Ahrweiler, die Ecke schicken wollte, ins Hochwassergebiet an der Ahr. Ob er das gemacht hat, sei mal dahingestellt. Ich glaub's nicht. Hat er nicht gefilmt. Dürfte einen Grund geben, warum. Die Hater versuchen euch schon seit Jahren ständig von der Klippe zu schubsen. Ich versuche hier einen Fallschirm zu geben. Naja, versteht ihr vermutlich nicht die Metapher. Nee. Wer springt denn mit dem Fallschirm von der Klippe? Das geht meistens schief. Ich meine, es gibt Extremsportler, die machen sowas. Aber vor allem, wer ist denn ihr? Das werden 99% Hater sein, mit denen Reini gerade redet. Dann würde ich die Leute doch mal, ja zumindest Ehrenleute nennen. Reini, ich würde auch nie auf die Idee kommen, dich einen Mann der Ehre zu nennen. Zumindest nie, wenn ich es nicht sarkastisch meinen würde. Mach dir da keine Sorgen. Also wenn es bei mir auf der Arbeit so aussehen würde, wie bei dir zu Hause, dann würde ich reisen, nur weil ich ein paar Hater da habe, die wissen, wo ich wohne, werde ich mit Sicherheit nicht umziehen. Dann kannst du dir das neue Auto. Ich habe zwei Autos, reicht das nicht? Ja, Reini, Sinn der Sache beim Auto ist eigentlich, dass es einen von A nach B bringen kann. Die Voraussetzung dafür ist, dass das Auto fährt. Du könntest auch 20 Autos haben, von denen keins fährt. Das hilft dir nicht weiter. Es sind im Endeffekt nur Kosten, die du irgendwann hast für die Entsorgung. Nur jeder, jemand, der sich selbst unsicher fühlt, hatet andere. So gesehen ist Haten oder Mobbing eigentlich sehr, sehr traurig. Wenn ich heute frei hätte, würde ich nicht streamen. Und jetzt kriegt Drew gerade Muffensausen, weil er nicht beachtet wird und muss gleich wieder anfangen zu spammen, damit er Beachtung findet. Muffensausen, weil er nicht beachtet wird? Also Muffensausen ist ja normalerweise Angst und ich glaube, das macht keine Angst aus. Ich glaube, das ist für die Leute, die Drew dargestellt haben, einfach nur Unterhaltung gewesen. Sie wollten halt den Tanzbären sehen, sie wollten die Show haben und natürlich haben sie das auch gemacht, indem sie halt irgendwas gemacht haben, um Reini zu triggern. Hat ja auch oft genug geklappt. Das meine ich mit erbärmlich. Anscheinend hat er in seinem Privatumfeld oder im Privatleben oder so keinerlei Menschen, die ihn beachten. Deswegen muss er seine Beachtung im Internet suchen. Das ist schon an und für sich sehr jämmerlich. Nein, es gibt keine Möglichkeit. Reini, das solltest du vielleicht aus deiner Position auch nicht sagen. Du hast jetzt, sagen wir mal, ich wollte gerade sagen, nicht das beste soziale Umfeld, aber du hast eigentlich gar keins. Du hast ja alle Leute von dir weggestoßen. Dein höchstes Ziel war niemals zu arbeiten. Dem hast du alles untergeordnet. Und ja, hast alles dafür geopfert, was normale Menschen eigentlich haben wollen. Sicherheit, soziale Kontakte, das ist alles bei dir futsch. ...müsste treffen, zumindest nicht derzeit. Sagst du, du arbeitest als YouTuber? Ich bin YouTuber, Streamer, Merchandise-Verkäufer. Ich bin alles, was zu meinem Beruf gehört. Ja, beruflich macht er alles, was zu seinem Beruf gehört. Das ist auf jeden Fall weise. Da merkt man auch, wie alt Reini ist und vor allem die Weisheit, die sich dadurch rausgebildet hat. Übrigens, die ist da irgendwas runtergefallen. Und da gehören verschiedene Sachen dazu. Das hätte ich jetzt aber gerne gesehen. Hat er es wirklich aufgehoben oder hat er sich nur mal kurz nach vorne gebeugt, hat gemerkt, oh verdammt, das wird anstrengend, hat es liegen lassen und gesagt, hebe ich irgendwann mal auf. Das ist so ein Zufallgutsch, das ich vorher holen. Ja, ach wie schön. Okay, wir können sicher sein, es wurde am Ende rausgeräumt, als der Entrömbelungstrupp da war, kurz vor dem Abriss der Schanze. Mich zu fragen, warum ich irgendwas verwurren lasse, frage ich dich, warum mischst du dich in mein Leben ein und in den Zustand, wie ich lebe? Das geht auf dich nichts an. Das betrifft dich doch nicht. Alexa? Ja, das ist so ein bisschen gesellschaftliche Verantwortung, glaube ich. Dieser Jewel oder die ganzen Jewels möchten halt Verantwortung für dich übernehmen und dich ein bisschen in die richtige Bahn lenken. Alexa, ich finde, es hat sich durchaus gelohnt, weil man Informationen und so weiter von ihr ja auch kriegt. Ich höre damit ja nicht nur Musik. Außerdem ist es nicht selten der Fall, dass ich durchs Haus renne und dann lasse ich die Lautstärke einfach auf 9 oder so oder auf 7 und kann dann, wenn ich Oden zum Beispiel bin oder in der Küche bin, über mein Handy die Alexa einfach neu starten oder ein anderes Lied spielen oder so. Pass auf, Beispiel. Ich habe mehrere Möglichkeiten, sie zu steuern. Ich bin jetzt zum Beispiel am Handy in der App. Es geht auch anders. Spiel Heavy Metal auf Arbeit. So. Ähm, ist das irgendwie eine ganz besondere Alexa oder hat sie ihn gerade einfach nicht verstanden? Weil das hat sich jetzt nicht nach einer Änderung von Musik angehört. Das ist immer noch dieser Anime-Techno. Normalerweise, wenn man Alexa sagt, spiel doch mal Heavy Metal, dann kommt doch Heavy Metal. Es sei denn, man sagt es halt auf Frankisch, dann versteht Alexa einen nicht. Guten Morgen, Reini. Richtig fit, wieder am Gehen, Nachtwehr durchgezockt, schön. Alexa ist nicht meine Freundin. Ich habe überlegt, ob ich mir nächsten Monat eine neue Anlage zulege. Entweder nächsten Monat oder im Monat drauf, dann mal gucken, wie es zeitlich hinhaut. Also jetzt reißt alles weg. Das ist eine 80 Euro Box. Hat man schon eine Scheibe rausgekaut im alten Wohnzimmer. Genau. Reini hat wieder eine ganz besondere Anlage. Die hat so viel Kraft. Die entwickelt einen solchen Schalldruck, dass sie eine Scheibe zerstört hat. Bestimmt, Reini. Es warst nicht wieder du, der einfach die Scheibe, das Fenster in Rage, in Wut wieder so zugeschlagen hat, dass die Scheibe rausgeplatzt ist. So wie es auf Aufnahmen halt zu sehen ist. Und du hast einfach mit der Hand gegen die Scheibe geschlagen. Hast dann wieder auch eine Schnittverletzung an der Hand und hast dich dann wieder vor die Kamera gesetzt. Die Hälfte haben mich wieder verletzt. So wird es doch wahrscheinlich gewesen sein. Das war ein Rüst drinnen. Ich muss mal kurz aufs Klo, Leute. Kann einen Moment dauern, ich bin gleich wieder da. So, wieder da. Ich weiß nicht, ob das bei mir brennt, so ein Blödsinn. Meinst du das hier? Das ist mein Räucherstäbchen. Mach die scheiß Musik aus. Nein? Dann gehst du bitte aus dem Raum raus. Kaffee? Das ist Kaffee, ja. Du gehst auf wie Hefeteig. Wenigstens gehe ich was. Aufgehen und Gehen sind zwei unterschiedliche Sachen. Das ist wie mit Gehen und Laufen. Obwohl es da noch eine ähnliche Tätigkeit ist. Aber da hattest du ja auch schon mal Probleme mit deinen Videos. Drache läuft und dann geht er halt 200 Meter und kann nicht mehr. Gab es ja auch schon. Aber das war jetzt glaube ich nicht als Kompliment gemeint, Reini. Du solltest einfach mal auf deinen Körper achten. Ja, natürlich. Ist es auch. Wissen was Specken. Warte. Das ist ein Waschbecken. Das liegt daran, dass das hier ursprünglich meine Küche war. Beziehungsweise das Waschbecken war dann da, weil meine Oma hier drin geschlafen hat. Die hat mir einfach nur noch ein Waschbecken hingestellt, damit die Schwester, die meine Oma gepflegt hat, die Oma auch waschen konnte. Ich habe nicht alles auf 5 Quadratmeter. Habe ich kein Badezimmer hier drinnen. Ich habe keine Küche hier drinnen. Nur ein Waschbecken. Und mein Arbeitszimmer halt. Na, warum spielt sie denn nicht weiter? Ist sie jetzt ausgegangen? Ja, weil Alexa wahrscheinlich die Musik genauso auf den Käse geht wie mir auch. Vernünftige Frau. Zwinker. Deswegen streamt er auch zwischendurch auf YouNow. Was für ein Unsinn. Er hat ja auf mehreren Plattformen Videos hochgeladen und auch gestreamt. Aber irgendwie meinte er, weil die Erfolgreichen halt alle auf YouTube sind, er müsste auch irgendwie als YouTuber bezeichnet werden. Ja, er ist halt immer was ganz Besonderes. Er ist anders als andere. Spielt Alexa die Musik ab. Aber ich habe in meinem Fall da unten meinen alten Ghetto-Blaster angeschlossen mit einem Kabel. Ja, waren ganz viele Kabel. Die Winklersche Kabelführung halt. Ja, das Ding habe ich dann das letzte Mal, glaube ich, gesehen, als ein Container auf dem Hof stand und das Ding ist da drin verschwunden. Wer ist denn da, Reini? Was guckst du da? Ah, die Augen sind ein bisschen zusammengekniffen. Der Mund ist klein. Ich denke nicht, dass das der Amazon-Bote ist. Da werden die Haters draußen sein. Die bauen gerade ihre Katapulte auf. Der Angriff steht bevor. Draußen? Niemand, den ich sehe jedenfalls. Wieso soll ich die Burren rufen? Ist doch niemand da. Reini, das ist wieder hervorragendes 4D-Schach. Mal 30 Sekunden aus dem Fenster gucken. Gucken, was die Haters machen. Jeder weiß, was los ist. Aber Reini natürlich wieder erleugnet alles. Weiß ich nicht, ob du dich da täuscht. Der Ball ist immer noch schief. Ja, ich habe noch nichts dagegen gemacht. Meiner Freundin geht es gut. Danke der Nachfrage. Danke. Danke. Was er da vorhat. Jetzt macht er wieder einen auf stark. Er lässt die Knöchel an den Fingern knacken. Toll. Das ist sehr männlich. Das ist eine tolle Bedrohung, Reini. Also man erwartet quasi, dass du gleich aus dem Fenster raus springst auf die Hater und die fertig machst. Nur alle wissen halt, es ist sehr viel Show bei dir. Auf welche Konsole zockst du rein? Gamecube, Switch, Wii. Was steht denn da noch? Ist das eine Bierflasche neben der Energy-Dose? Magst du diese Sorte von Energy eigentlich? Völlig egal. Alles rein damit. Und die Konsolen kann ich bei dieser geilen Auflösung kaum erkennen, wenn ich ehrlich bin. Da steht irgendwie, doch das ist ein Gamecube. Xbox 360. Dann habe ich vor, heute noch zu überlegen, ob ich drüben im Trainingszimmer ein bisschen was umbaue. Er hat vor zu überlegen, ob er das macht. Kann man sich das, also das ist ja wirklich der Wahnsinn. Eine Arbeitsleistung an einem Tag. Er hat vor, sich was zu überlegen. Mal gucken, ob er es auch macht. Ein bisschen sauber machen muss ich auch noch heute. Das wird auch nicht passieren. Ein bisschen sauber machen ist auch nicht wahr. Du musst mal richtig, richtig aufräumen und danach ordentlich putzen. Und wahrscheinlich wird das auch nicht an einem Tag funktionieren. Und am besten holst du dir auch noch irgendwo Hilfe. Vielleicht hat immer leider Zeit. Rauswischen und rauskehren vorher. Trainingszimmer. Schon wieder mit der flachen Hand eine Ratte erschlagen, oder wie? Was es da zu lachen gibt, aber okay. Warum sollte meine Freundin mein Haus sauber machen? Das ist doch Blödsinn. Für mein Haus bin ich schon selber zuständig. Ja, Reini, das merkt man auch. Und es kann sich auch kein Mensch vorstellen, dass du eine Freundin da hast, weil keine Frau in sowas leben möchte. Das sieht ja aus teilweise wie in so einer Crack-Höhle oder sowas. Wenn ihr euren Sarkasmus mit schwer arbeiten könnt, ihr euch echt in die Haare schmieren, ja? Ich muss vielleicht nicht so schwer arbeiten wie ihr, aber ich verdiene immerhin trotzdem noch meine Kohle damit. Also stängt es euch. Ja, das waren so zwischen 300, 400 Euro, die er hauptsächlich mit diesen Freespins damals bekommen hat. Ja, nicht genug zum Leben. Erst recht nicht genug, um die Schanze irgendwie mal auf Vordermann zu bringen. Aber er hätte das Geld ja eh nicht da rein investiert. Es wäre natürlich dann in irgendwelche In-Game-Käufe geflossen oder irgendwelcher Unsinn. Also für die ganz langsamen. Also Reini führt jetzt gerade ein Selbstgespräch. Die in der Vergangenheit passiert sind, die ihr als Wahrheit oder als Lüge seht. Es ist für mich ganz gut, dass ihr das so seht. Einfach nur deswegen, weil ihr letzten Endes nicht mehr wisst, was Wahrheit und was Lüge ist. Letzten Endes, Reini, lügst du meistens. Ihr erfindet neue Sachen und erfindet die als Lüge. Und gleichzeitig habt ihr mit nichts recht, was die Wahrheit oder die Lüge ist, was eigentlich das andere ist. Das versteht wahrscheinlich wieder keiner. Ach, ich finde das herrlich. Reini haut einen Satz raus, der überhaupt keinen Sinn ergibt. Er merkt es selber und dann kommt noch was hinten ran wie, ach wahrscheinlich, wie merkt das wieder keiner? Ja, klar Reini, weil alle anderen so blöd sind. Deine Gedanken zu verstehen. Droh, nur weil du keine Freundin hast und die ganze Zeit alle anlügst damit, heißt es noch eigentlich nicht, dass ich keine habe. Ihr sagt immer, ich lebe in einer Traumwelt oder viele sagen immer, ich lebe in einer Traumwelt. Nein, die meisten sagen, du lebst in einer Müll-Schanze. Ja, aber du hast sehr viel Fantasie und man hat auch mal das Gefühl, du kannst nicht mehr zwischen Realität und Fantasie unterscheiden. Der Witz daran ist, dass es letzten Endes ihr euch selber zu einer Traumwelt gemacht habt, die ihr betrachtet. Glaub, was du willst, Droh. Das gilt auch für alle anderen. Ich bin nicht euer, ich bin nicht euer, keine Ahnung. Ich bin kein Tanzbär? Doch. Ich bin nicht euer Lehrer, ich bin nicht eure Mutter oder euer Vater. Ich bin nicht derjenige, der in der Verpflichtung ist, euch irgendwas klarzumachen. Reini, um Lehrer zu werden, müsstest du studieren. Mutter werden ist auch schwierig und Vater werden, ja. Dafür müsstest du halt irgendwie mal eine Mulle positionieren, aber das ist ja bis heute, glaube ich, noch nicht passiert. Dumm, dummer, Winkler. Du hast die letzte Stufe vergessen. Hater. Dumm, dümmer, Winkler, Hater. Das ist die letzte Stufe davon. So ein Janterkonto. Wisst ihr, ich und die Hater sind wie ein altes Ehepaar, ja. Wir sind schon so gut aufeinander abgestimmt, dass ich schon die Worte der Hater beenden kann. Oh Lord, we got each other. In my hands, nothing else better. Ich geb dir nicht mehr Free Spins, kannst dir knicken. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, haut rein und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Drache, haut rein und... Tschö, tschö Reini, natürlich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und das ist genau jetzt. Er hat nämlich an dem Tag zweimal gestreamt. Kaum noch Kohle von meines Streams, leider. Wird so momentan sehr, sehr schwierig. Ist aber auch kein Geheimnis eigentlich. Anstatt, dass ihr euch mal drüber freut, dass ihr euer Matt bekommt, bringen solche Spinner wie du hier sowas an wie Fetti Fett Fett, will mich damit beleidigen und im Prinzip, dass ich den Stream schon wieder beende, will aber sein feines Matt haben. Dass ich schon wieder streamen, weil ich Geld brauche. Nein, ich streame, weil ich momentan mehr Bock drauf habe. Wisst ihr? Das glaube ich nicht. Also ich glaube, wenn du Bock auf Streamen hättest, sähe das anders aus. Und dein Gesichtsausdruck gerade zeigt schon, dass du keinen Bock da drauf hast. Es gibt Menschen, die mich bemitleiden wegen diesem ganzen Hate. Ich persönlich sehe allerdings nicht, dass ich irgendwo Mitleid verdiene. Ja, sehe ich auch nicht. Das hat den Grund, dass du für fast alles, was da entsteht, selbstverantwortlich bist. Du hättest das alles verhindern können, was dir passiert ist. Indem du nicht ständig, indem du nicht ständig lügst, indem du anders mit anderen Menschen umgehst, wäre schon vieles besser gelaufen. Aber du wolltest immer die Eskalation, du wolltest das Ganze vermarkten. Und am Ende ist das rausgekommen. Viele würden jetzt sagen wahrscheinlich, ja, Gott ist perfekt. Gott ist anscheinend auch nicht perfekt, weil er hat ja anscheinend auch Engel geschaffen. Außerdem hat Gott uns Menschen geschaffen, was schon komplett Beweis dafür ist, dass er nicht perfekt ist. Und ich bin schon immer jemand gewesen, ich denke sehr viel nach, ich überlege sehr viel, wo ich herkomme, wer ich bin. Ja, skurril ist dabei nur, was immer dabei rauskommt bei diesen Gedanken. Also, wo du herkommst, wenn du uns wieder erzählst von deinen italienischen Vorfahren zum Beispiel, auf die du sehr, sehr stolz bist. Wo du aber gar nicht weißt, warum du stolz sein sollst und was das Ganze auch herausmachen sollte. Genauso wie du erzählst, dass du stolzer Franke bist und nicht mal weißt, was ein Franken von einem Bayern unterscheidet. Das ist halt alles schwierig. Was ich in meinem Leben schon erreicht habe, was ich noch erreicht habe. Ja, das ist auch, da bist du ja auch recht schnell fertig. Also, ich meine das jetzt nicht beleidigend, sondern einfach faktisch. Du hast in deinem Leben nicht viel geleistet. Du bist immer den Weg des geringsten Widerstandes gegangen, schon von deiner Schulzeit. Du hast keinen vernünftigen Abschluss, du hast halt den Abschluss der Sonderschule. Auf dem Zeugnis steht drauf, hier geht es nicht weiter, suchen Sie sich was anderes, Herr Winkler. Gehen Sie auf eine andere Schule, die weiterführt oder suchen Sie sich einen Job. Dann warst du halt bei der Leiharbeitsfirma, hast das ein paar Jahre lang gemacht. Wurde es von einem Unternehmen zum anderen weitergereicht, weil deine Leistungen halt nicht gut waren, sodass sie dich da dauerhaft beschäftigen wollten. Und irgendwann hast du dich für YouTube entschieden. Und das war ja natürlich dann die Vollkatastrophe. Ich möchte, was ich vielleicht erreichen kann. Das Problem am Leben ist, das habe ich schon irgendwann mal gesagt, glaube ich, jeder von uns lebt in seinem eigenen kleinen Würfel, in seiner eigenen kleinen Welt. Und diese Welten überschneiden sich mit anderen Welten von anderen Personen. Ein Mensch oder eine Welt von einem Menschen. Reini lebt in einem Würfel anscheinend. Also Reini, ich komme nicht drum rum, andauernd Interaktionen mit anderen Menschen zu haben. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich in einem Würfel lebe. Das ist halt bei dir so. Dieser Würfel ist der Raum in der Schanze, in dem du gerade sitzt wahrscheinlich. Und du hast so gut wie nie was mit anderen Leuten zu tun. Es sei denn, der Amazon-Bote steht mal vor der Tür oder die Haters rufen irgendwas hoch. Man kann mit der anderen Welt in Konflikt geraten, kann auch Einfluss auf die jeweilig andere Welt nehmen, auf den jeweilig anderen Menschen nehmen. Warum ist denn bei Einfluss das Erste, was dir einfällt, Konflikt? Kann man nicht auch was mit anderen Menschen machen, ohne direkt im Konflikt zu sein? Nach dem, was du ja erzählst, nicht. In der Schule hast du nur mit anderen Ärger gehabt, hast irgendwelche Mitschüler verprügelt. Und ja, heutzutage brauchen wir nicht drüber reden. Ein Mensch trotzdem, er selbst ist. Hier zum Beispiel, der Name Mastzau, was soll denn das? Hast du eigentlich eine Ahnung, was das bedeutet? Mir geht es am Arsch vorbei, aber es gibt Menschen, denen geht es nicht am Arsch vorbei. Ich weiß nicht, wie ich euch das klar machen kann. Drohle halt die Fresse. Wenn ihr meine Videos kacke findet, dann findet ihr sie kacke. Das ist doch in Ordnung. Ihr kommt zu mir nach Hause, ihr seid im Internet, macht irgendwas anderes. Also ja, ich bin zum Beispiel im Internet. Ich war noch nie bei dir zu Hause. Du hast dann auch kein richtiges Zuhause mehr. Du hast noch so eine Arbeiterbutze bei Uwe. Wie Pizza zu mir bestellen, Polizeieinsätze, Notruf und sonst was noch alles. Es ist schlicht und ergreifend. Polizeieinsätze? Also ich meine, was dieser Base Godfrey da damals gemacht hat, fand ich auch absolut daneben, da die Feuerwehr da hinzuschicken. Aber das mit den Polizeieinsätzen, das sind nicht die Hater, Reini. Dass du den Herrn Müller die ganze Zeit anrufst, wie gesagt, das geht von dir aus. Fakt, dass das einfach Einfluss auf mich hat. Ihr wollt mir eins auswischen, weil ich eine andere Ansicht habe als ihr. Nee, Reini, andere Ansichten sind völlig in Ordnung. Wir müssen nicht alle dieselben Ansichten haben. Das Problem bei dir ist ja, du verbreitest deine Meinung und möchtest diese dann als Fakt hinstellen. Und sobald es irgendwo andere Meinungen gibt, die deiner widersprechen, eskalierst du ja komplett. Dass ich so arrogant und egoistisch bin. Im Gegenteil. Aus meiner Sicht und aus der Sicht von vielen anderen. Ja, Reini, aus meiner Sicht und aus der Sicht meiner Freundin und meines Schweizer Taschenkumpels. Diese geben mir auch immer recht bei allem, was ich sage. Auch dabei, dass ich nicht egoistisch bin. Schwierig, Reini. Du bist halt echt kein Mensch, der was für andere macht. Es sei denn, er möchte nochmal eine Gegenleistung haben. Sind diese Menschen, die so eine Sache abziehen, viel schlimmer? Ja, okay, Moment. Check Terrip. Dann fordere ich dich auf, komm mal in den Stream und erklär uns, was Mobbing ist. Und erklär mir, woher du weißt, was es ist. Und bitte tu mir den Gefallen und zitiere nicht irgendeine Webseite. Das will ich jetzt sehen. Äh, warte, ich kann dich doch ein... Warum darf er denn keine Webseite zitieren? Ist es verboten, sich irgendwie im Internet zu informieren darüber, was Mobbing ist? Einladen in den Ding, oder? Hier. Das will ich jetzt mal sehen, Alter. Ich vermute mal, jetzt nimmt er nicht ab. Behauptet hier, das ist kein Mobbing. Dann möchte ich gerne wissen, was Mobbing ist. Zeig mal. Reini, Mobbing ist, wenn Personen halt ausgeschlossen werden. Aber das Ganze halt aufgrund irgendwelcher negativen Eigenschaften dieser Person und vor allem, was wichtig ist, es muss unprovoziert sein. Was du machst, ist ja immer provoziert. Du willst das ja so haben. Du verdienst Geld damit. Und das macht es nicht zu Mobbing. Zeig mal, dass du ein Mann bist und zeig mal, dass du wirklich beweisen kannst, dass das, was du sagst, auch der Wahrheit entspricht. Wenn ich mich täusche, bin ich gerne bereit, mich zu entschuldigen. Na gut. Okay, ähm, wenn er sich täuscht. Aber Reini würde halt nie eingestehen, dass er sich getäuscht hat. Deswegen wird er sich auch nie entschuldigen. Der mag nicht. Schwaber, Rion. Ich bin definitiv nicht dumm. Du hast vielleicht eine schulische Intelligenz, die bringt... Ähm, Reini. Jetzt gibt es ein Gutachten über dich. Das wahrscheinlich gesagt hat, dass du einen IQ von 85 hast. Dann warst du dir nicht sicher, ob es nicht doch 58 war. Du hast Entscheidungen getroffen, dein ganzes Leben lang, die dich nicht übermäßig clever dastehen lassen. Du hast einen Schulabschluss, der, sagen wir mal, nicht gut ist. Und dein Hauptargument ist immer, ja, das Schulische ist ja eh nicht viel wert, wichtig ist, was man ja im Leben draus macht. Was du gemacht hast, ist einfach nur katastrophal. Im realen Leben so gut wie nichts, abgesehen vielleicht von einem guten Job. Ich habe auch gerade gesehen, er hat es schon... Ja, Reini, aber andere Menschen wissen zum Beispiel auch außerhalb der Schule, dass man schon mal seine Stromrechnung bezahlen muss. Damit fängt es ja an. Und es gibt noch ziemlich viele andere Sachen, die man aufzählen könnte, aber kennt ihr ja alle, ja. Jemand Neues in meinem Shop was bestellt, vielen lieben Dank an der Stelle. Also, tu mir bitte den Gefallen und geh dich erschießen, wenn du so eine Scheiße am ganzen Tag laberst. Das ist jetzt auch so eine Sache, ich meine, was die da untereinander machen, ist ja vollkommener Trash-Talk. Auch diese Sachen, diese Beleidigungen, die untereinander ausgetauscht werden, ist nicht cool, aber machen sie halt so. Auch was Reini gerade sagt, das wird der andere ja auch nicht ernst nehmen. Aber was Reini halt macht, ist dann, das den anderen vorzuwerfen. Aber hier in diesem Fall, mach das ja selber. Das ist das Problematische daran. Du hast nämlich letzten Endes keine Ahnung, wie gut und schlecht ich wirklich als Spieler bin. Ich hab Fortnite vielleicht das dritte Mal gespielt während der Aufnahme. Also, ja, entschuldige, wenn ich verkackt hab. Dazu außerdem bin ich in Overwatch alles andere als schlecht. Welchen Rang bist du? Bist du auch Gold-Ranked oder bist du Bronze oder sonst was? Du hast nicht mal genug Ehrgeiz, um den Müll runterzubringen. Das ist richtig, ich hab nämlich gar keinen Müll, wo ich runterbringen könnte. Mir reicht's jetzt mit den Idioten. Wir machen jetzt mal den Abo-Chat an. Reini hat keinen Müll, den er runterbringen könnte. Glaubst du, das sind irgendwelche Rücklagen, Reini? Ich meine, andere Menschen legen ihr Geld in Gold an, um das im Alter dann wieder zu Geld zu machen. Reini bunkert Abfall bei sich zu Hause. Vielleicht glaubt er auch, dass das mal irgendwann sehr viel wert sein wird. Ich bin ja eigentlich kein Freund von Französisch, aber der Song ist gut. Also, auf der Schanze scheint es wirklich ein größeres Rattenproblem zu geben. Und die sind auch ziemlich wehrhaft. Reini, du hast gerade versucht, Tiere damit zu erschlagen. Vielleicht hast du es auch geschafft. Jetzt ist da Fliegenmatsche dran. Glaubst du, das ist clever, das auf seinem T-Shirt zu verteilen? Und im Nacken. Das hier ist das neue Drachen-Offizie-Shirt. Nur leider ist es für mich ein bisschen klein. Ich hab so breit... Reini, ja. Ich weiß jetzt nicht, bis zu welcher Größe das vertrieben wird. Wir kennen ja seine Hosen. Die Größe steht ja am Rand. 7XL. Er hat da ja mal ein Video zu gemacht. Eigentlich passt mir 7XL. In diesem Fall jetzt nicht. Das muss am Schnitt liegen. Normalerweise passt mir 7XL immer. Ja, Reini. Aber das Problem ist, wenn man schwerer wird, kann es sein, dass auch das Volumen ein bisschen zunimmt und dann passt es nicht mehr. Das ist ja auch immer ein Talk von Reini. Er hat zu breite Schultern. Versteht ihr? Er passt jetzt nicht. Ich weiß nicht, was es ist und was er sich da geholt hat. Ob es 5XL, 6XL ist. Und er passt da nicht rein, weil der Bauch einfach zu dick geworden ist. Nein, es sind diese breiten Schultern. Weil er zu viel trainiert wahrscheinlich. Ja, aber wahrscheinlich, wie er drüber nachgedacht hat, mal was an der Handelbank zu machen. Es hat nochmal jemand ein Shirt gekauft. Vielen lieben Dank an der Stelle. Ich bin auch am überlegen, ob ich demnächst mal eine Crowdfunding-Aktion mache dafür. Spend ist es zu Halloween, wird es auf jeden Fall eine Crowdfunding-Aktion geben. Weil dann möchte ich das Halloween-Design wieder raushauen. War richtig ärgerlich. Ich habe mir vorhin was zu essen bestellt. Und eigentlich zwei Getränke dazu, damit ich mir nachher noch Getränke mischen kann. Und er hat mir einfach die Getränke vergessen. Was hat er denn mitgebracht? Cola und Fanta, damit du dir Schwiftshops zusammenkippen kannst? Oder was er hätte mitbringen sollen? Das Geld habe ich natürlich wieder bekommen. Da wäre richtig ärgerlich. Wenn ich wieder meine Anlage hätte und den Bass aufdrehen könnte, wäre das so episch, ey. Da würde es einfach nur noch so fetzen. Ich spame überhaupt nicht. Okay. Du hast innerhalb von etwa zwei Minuten eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Nachrichten rausgehauen. Ist das problematisch? Irgendwie alle 20 Sekunden was zu schreiben? Ich meine, vielleicht geht man ja auch auf Nachrichten von jemand anderes ein. Warum kann man das nicht machen? Das ist doch normal. Aber für Reini ist das wahrscheinlich einfach zu viel Text und er kommt mit dem Lesen nicht hinterher. Lesen ist ja ein Hater. Wenn es kein Spam ist, weiß ich nicht mehr, Aiko. Und ich maule, wann es mir passt. Wenn du dir so eine Scheiße abziehst, vor allem. Jetzt gibt es noch ein Zuckerchen mit Kaffee und Milch. Ja, Brüder. Und Schwestern. Man nennt ja niemanden, die diskriminieren hier. Ich weiß nicht, was ihr immer von meinem Haus wollt. Ich werde nicht sagen, wie es bei mir zu Hause aussieht. Reini, wir wissen, wie es bei dir aussieht. Du hast uns das in Videos gezeigt. Ist dir das eigentlich gar nicht klar? Und wenn du rumrennst mit deiner Kamera und irgendwas, zeigt, es liegt andauernd irgendwo Zeug rum. Das sieht nicht gut aus. Und mit diesem, wir wollen hier niemanden diskriminieren, das ist ja wohl ein Scherz bei dir. Bist du ja nicht ohne Grund auf Plattformen gesperrt, weil du da die N-Bombe gedroppt hast. Oder auch andere Worte gefunden hast für Leute, die nicht aus Deutschland kommen ursprünglich, die, sag ich mal, nicht so feinfühlig waren. Wisst ihr, wenn jetzt keiner mehr schreibt, dann macht es auch keinen Sinn, länger zu streamen eigentlich. Jugendfeuerwehr. Weißt du, wie alt ich bin? Nein, war ich nicht. Sowas gab es bei uns nicht. Ich bin mir sicher, es gibt da irgendwo die Möglichkeit, sich zu engagieren im Jugendalter. Aber ich glaube, A, dass Reini nicht der Typ war, der sich da irgendwo engagieren wollte, weil da gab es auch gar kein Pokémon. Das war nicht für Reini. Und jetzt frage ich mich auch, was soll Reini bei der Feuerwehr? Ich meine, wenn es brennt, haben die genug Probleme. Warum muss da Reini noch dabei sein? Zu dem Zeitpunkt. Den Song machen wir noch. Und dann habe ich gesagt, ich gehe ins Bett. Dann mache ich Schluss. Ins Bett gehe ich noch ein paar Stunden. Dafür habe ich noch keine Zeit. Naja, viel beschäftigt. Der Mann ist gut. Ich schlafe gleich ein, Alter. Ja, Reini, wie wäre es denn denn mal mit schlafen? Also normaler Rhythmus. Einen Schlafrhythmus, wie ihn andere Menschen auch haben. Nicht die ganze Nacht durchzocken und dann nach vier Stunden mehr wach werden. Und dann die ganze Zeit übermüdet sein. Vielleicht auch mal zwischendrin zum Arzt gehen. Wegen hier Diabetes und Schlafapnoe. Mal testen lassen. Nimm deine Musikwunsch. Aiko, es reicht jetzt. Sei froh, dass du nicht schon längst gebannt wirst. Anstatt hier die ganze Zeit rum zu belästigen. Manche wissen einfach nicht, wann sie aufhören müssen. Also Leute, Alexa, stopp. Haut rein, Leute. Haut rein, Leute. Ja, haut rein, Leute. Äh, Drache. Ja, haut rein. Tschüss, schön, Reini. Mach's gut. Wir sehen uns beim nächsten Stream. Für heute sind wir durch. Wir haben es geschafft. Reini ist wie immer nicht auf die Hater eingegangen. Das gibt's ja gar nicht für ihn. Er hat diesmal auch keine Todesdrohung ausgesprochen. Nein, es war nur ein Todeswunsch dabei. Würde er nie machen. Sie dürften nur gerne den Hatern vor, dass sie das machen. Aber so ist es halt mit Reini. Wir haben es geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst gerne einen Daumen hoch da. Ihr könnt auch gerne ein Abo abschließen. Würde mich freuen. Könnt mir auch gerne einen Kommentar schreiben. Ich lese sie hoffentlich weiterhin alle, wenn ich es irgendwie schaffe. Und falls ihr mal beim ganzen Geschwafel vergessen habt, wo ihr eigentlich seid. Du heißt Gerson Rüdiger, heißt du? Genau. Ihr seid beim Rüdiger. Und gleich wieder. Und da. Und da. Und da. Und da. Vielen Dank.